Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Binding of Artic Repentance. Heute machen wir mal ganz chillig ein paar Challenges. Also, nicht ein paar, aber Challenges. Wir müssen nur bis Mutti kommen, das kriegen wir hin. Auf dem Weg dahin snacken wir uns Gimperino, hoffentlich. Weil dann ist es eine unglaublich gute Kombination mit dem, was ich hier bekommen habe. Ja, ja, mach du Mann, mach du Mann. Genau. Du Lümmel. Ach so, hey, das ist, ich würde sagen, ein relativ guter Start oder nicht? Ist auch ein guter Start oder war das auch hier? Warte mal, ist das Curse of the Blind auch dabei? Mach mich nicht schwach. Uh. 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 Uh, lecker. Jakobs Leiter. Ihr seht, was es macht? Es elektrifiziert. Das heißt, einer wird getroffen, alle anderen auch. Das mag ich sehr gerne. Ich würde sagen, einer der besten Items. Aber wie gesagt, ich mache jetzt erstmal ein paar Challenges. Soweit wie, was da alle so zur Verfügung steht. Hier ist jetzt mal Dankeschön. Dich nehme ich auch mit. Ja, Sie. Ähm. Entschuldigung. Können Sie bitte alle weggehen? Danke. Ich glaube, ich habe jetzt noch eine Bombe bekommen. So. So, natürlich eine Bombe. Was denn sonst? So, wo ist noch jemand? Da ist noch jemand. Aber warte mal, es gibt keine Shops? Shops. Ne. Wenn man... Nö, dann will ich auch nicht. Ich sage ja immer, ohne Shops und ohne Milch, ne? So, duck dich mal. Genau. Jetzt machen wir den. Und... Komm. Yes, Sir. Uh. Alrighty. Es kann so weitergehen. So, es ist ein bisschen spät, aber ich trinke heute mal... Ich bin heute mal verrückt. Wir haben es. 16.44 Uhr. Und ich trinke einen Kaffee. Normalerweise ist ja immer... Sage ich ja immer... Nach 16 Uhr kein Kaffee mehr, aber... Ich sage es euch, Leute. Heute bin ich verrückt. Crazy Typ, ey. So. So. Warte mal, hier... Du, 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 du. Du, 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 du. Wir könnten es mal hier versuchen. Du, 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 du. Das war... Dämlich. Aber gut. So ist es nun mal. Seht ihr das? Oh, Jacobs Leather, ne? Einfach eine 10 von 10. Wollen wir es hier mal ausprobieren? Auch nicht. Ich lieb's. Pillen? Nein, danke. Ich habe... Den du... Ah, was soll ich denn damit? Ihr seid ja lustig. Nja. 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 Ferro... Dalle... Ferro-Mons? So, wie sieht's hier aus? Hier ist ein Secret Room. Okay. Wir gehen mal schlässig rein. Nehmen uns den Film wahr. Sneaken uns hier nach oben durch. Und hauen ab. Das Einzige, was ich gerade... Das könnte gefährlich sein. Aber... Das... Ja. Ähm... Hab ne Idee. Wer ist es? So. Problem gelöst. Wir müssten 4 haben. Death List. Eigentlich wäre das dumm. Es wäre dumm. Es wäre sehr dumm. Hab ich mir das Gefühl, dass... Äh... Dass es sehr... Sehr hell hier ist. Ich werde blind, Leute. Schuhing! Okay. Sehr gut. Hey. Hey, hey, hey. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Wir haben keinen Zeitstress. Oh, ein Soulheart. Sweet. Jetzt haben wir schon 2. Oh, es könnte ein bisschen... Ja, okay. Es wird. Es wird, wird, wird. Und wenn's nix wird, wird's ein Wirt. Ja. Oh, Bombastik. Ja, was soll ich denn mit den ganzen Penunsen, wenn ich sie sowieso nicht usen kann? Dieses Femaledeite-Spiel. So, wir haben keinen Schlüssel. Coole Nummer. Ach, verdammt. Da war ich zu lang, Dom. Oh, der ist gut. Ich wusste es. Du bist so mies. Eins, zwei. Schlüssel. Wir schieben das mal langsam hierher. Und wir haben einen Schlüssel ausgezeichnet. Und ein rotes Herzchen ausgezeichnet. Gut. Was squeaken wir denn hier? 1,35 Damage macht das Ding von meinem anscheinend. Ich hätte es lesen sollen. Ja, ihr habt mal wieder recht. Aber ich bin lesefaul. Nö. Hallo, du da. Ich krieg das in. Ich krieg das alles in. Es ist alles gut. Es ist alles ausgezeichnet. Dankeschön. Oh, das ist gut. Regen? Nee. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Wir gehen einfach mal weiter. Einfach mal weiter. Schließ. Mega Bean. Ach so, das ist das Space for Item, ne? Nee. Komm schon. Mach mich nicht schwach. Und ein Soulhouse. Und ein Schlüssel. Schlüssel ist gut. Aber bei Curse of the Blind ist echt heftig mit dem Licht. Also ich, äh, ich habe Schmerzen. In den Augen. Hm. Lieber nicht. Hm. Hm. Was mache ich denn für einen Schmarrn hier? Pass doch auf. Uh, aber schwing. Halt. Eger. Eger. Hey, Juck, was im Nacken. Danke. Nu reicht's aber bitte, ja? 10% Chance to find a hard rock to be a soul heart, black heart, oh, pfff, eigentlich, äh, ja. Okay, okay. Das war dumm. Aber es macht nichts. Ja, es ist doof. Obwohl, ich kann's einmal antatschen. Ich hab' ja dann vielleicht irgendwann mal Moms, äh, die Mom Transformation. Ist jetzt keine 10 von 10, aber immerhin. So, 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 so. Schwenk, schwenk, schwenk. Alles Schmerz. Hallo. Hallo. Das ist, äh, sehr gut. Tears up. Hm. Die Smoggy. This is super. So, wir kriegen noch schön HP ab. Das heißt, ich krieg mehr Herzen. Das heißt, mein Slitz macht jetzt Yeah, Baby. Yeah, Baby. Das war knapp. So. Nee, nicht. Noch schneller brauchen wir nicht. So. So, zwei Herzen schon wieder voll. Das ist, äh, schön. Das nehmen wir mit. Weil wir brauchen die roten Herzchen. Was haben wir denn hier? Knocks back NERBY, NERBY, Enemies and Projectors. Enemy push into obstacles take 10 damage. Ist auch ein Space-Bite, wenn ich mich nicht irre. Schwing, 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 Schwing. Ich bin so schnell. Schwing. Gott. Oh, guck mal. Hier oben links, auf dem Stein hier. Auf dem ist oben links ein kleines Kreuzchen. Ist das ein super tinted rock? Jawollo. Ich bin unbesiegbar. Na ja. Jetzt macht man nicht einen auf den. Links oder rechts? Ja. Nein. Nein. Hey. Schwing, Schwing, Schwing. The world. The world. Warte mal, bin ich nicht sowieso schon bei Muddy? Ne, Necropolis 1. Das heißt, wir gehen zu dem Boss. Auf dieser Ebene. Jawollo. Okay. Aua. Das habe ich verdient. Und das auch. I. I. Ah. Ha. Du Opfer. Sehr gut. Und Dinner ist auch gut. Dann geht's weiter. So, jetzt probieren wir mal den Kaffee. Nicht, dass der zu heiß ist. Und ich mir gleich. Ah, zu heiß. Zu heiß. Oh. Ich dachte gerade, da kommt was von oben. Aber das sind irgendwie so Wolken. Ich habe keine Bombe. Da habe ich. Alles gut. Was haben wir hier? Oh, ich kann Geld ausgeben. Schön. Gut. Nein. Ja. Maybe. Ich habe immer noch nicht die Mod benutzt, damit ich. Ne. Komm. Damit ich schneller. Ah, ihr wisst schon. Damit das alles schneller passiert mit diesem. Dinger. Gott, ich kann nicht mehr reden. Ich komme auf. Oh, Judgment. Dies ist gut. Ja, ich habe die Mum Transformation. Already. Ob die mir jetzt viel bringt. Oh, weiß nicht. Was gibt es hier? Okay. Das ist gut. Was gibt es bei dem Kollegen? Labu. Was bist du? The World. Mach mal. Okay. 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 Ja, jetzt habe ich auch wieder keine Lust. So. Wo muss ich eigentlich hin? Da muss ich hin. Hallo. Hallo. Yeah, Baby, yeah. Oh, da ist ein Champignon. Und da kommt die erste Hand. Und da kommt die zweite Hand. Und das war es mit den Händen. Nein. Da werde ich nicht mehr vorlesen, was es kann. Aber das Item ist voll doof. Ne, hier kann es ja gar nicht sein. Jawollo. Die Wahrscheinlichkeit ist klein, aber... Okay. Dann... Mutti! Du hier. Ich habe dich saulang nicht mehr gesehen, ne? Ich habe schon vergessen, wie die aussieht. So. 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 Nochmal ein Damage ab. Was gibt es hier? Oh, es geht. Und hier? Wollen wir mal gucken. Nein. 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 Nö. Und dann würde ich sagen... Die erste Challenge ist geschafft. Hakalas Rune ausgezeichnet. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, den Binding of Isaac Repentance. Wir machen jetzt erstmal ein paar Challenges. Ich will Rune freischalten. Bis dahin. Oh, das wird noch schwierig, merke ich gerade. Naja, bis dahin. Gehabt euch wohl. Habt eine schöne Zeit. Und ciao, ciao. Wir sehen uns im nächsten Mal. Bis dahin. Untertitelung. BR 2018